Wir sind jetzt in die Hauptstadt von dem Crampions National Park gefahren. Unser Auto abgestellt, unsere Sachen gepackt und jetzt geht es los auf Tracking Tour. Und hier unten ist es echt cool, hier gibt es einen Haufen Kakadus, keine Pelikan. Ich verwechsel das die ganze Zeit. Nina sagt nämlich immer Pelikan. Kakadus und hier hinter mir sitzt gerade einer im Baum und echt cool, heute Abend wollen wir hier nochmal herkommen, weil gestern Nachmittag waren ja auch viele Kängurus. Zwei Stück. Ja zwei Stück, aber für mich die ersten. Wir hoffen, dass die heute Abend wiederkommen und dann können wir die auch ein bisschen fotografieren. Wir sind jetzt gerade mal eine Viertelstunde unterwegs und die Aussicht von hier aus ist schon der Hammer. Da unten kann man ins Tal reingucken und wir gehen jetzt gleich noch viel, viel weiter hoch. Da drüben die Berge, die Wolken ziehen sich so ein bisschen zu. Es sieht so aus, als würde es bald anfangen zu regnen. Hoffentlich nicht. Aber ja, da sind noch einiges vor uns. Unsere zweite Schlange haben wir gerade gesehen, aber diesmal lebend. Auch wieder die Brown Snake. Aber sie ist zum Glück gleich weg gewesen und hat uns nicht irgendwie angreifen wollen. Aber ja, schon cool, dass man sowas sieht. Aber natürlich auch gefährlich. Und hier sind wir jetzt an einem super Aussichtspot. Und ich glaube, ne man kann nicht bis zum Meer gucken, aber es sieht so aus, weil hier ringsherum sind auch ganz, ganz viele Seen. Das sieht auch echt schön aus. Ich bin gerade ziemlich fasziniert, wie hier hinten, da ist oben der Himmel blau und unten drunter komplett weiß. Aber vor dem weißen sind auch mal ziemlich viele Wolken. Und das habe ich so irgendwie bewussten. Man hat es noch nicht so häufig gesehen, dass wirklich so fette Wolken vor dem weißen Himmel sind. Normalerweise sieht man die ja nur vom blauen Himmel. Und das sieht gerade besonders halt noch hier mit der tollen Landschaft ziemlich faszinierend aus. Wir sind jetzt fast ganz oben angekommen und schaut euch das an. Schaut euch das an. Ist das nicht geil hier. Ach ja, und Janina ist übrigens ganz hippelig hier die ganze Zeit, weil wir hier ziemlich nah am Abgrund sind. Und wenn ich dann hier nur einen Schritt nach vorne mache, dann wird sie ganz nervös, obwohl wir jetzt hier echt noch weit weg sind vom Abgrund. Jetzt läuft sie beleidigt hier weg. Und ich frage mich doch ernsthaft, warum hier jetzt ein Geländer hingebaut wurde. Das war vor vier, fünf Jahren noch nicht. Und hier überall nebendran kann man einfach so stehen. Ja, da ist es auch möglich, sich hinzustellen und runterzufallen. Und da hinten, ich denke mal, das ist einfach der höchste Punkt, der ist noch ein paar Meter höher, warum sie da ein Geländer hingebaut haben. Aber das hatte mir mein Kumpel, der Marcel, schon erzählt, mit dem ich 2013 zusammen hier war. Und er war zufällig auch 2017 auch zusammen mit seiner Frau hier. Und da hat er mir Bilder geschickt und da war das dann auch schon zu sehen. Aber komisch, warum die das jetzt nur an einer Stelle gemacht haben, wo man doch überall hier rumtouren kann. Wir haben leider kein Stativ dabei, aber wollten ja trotzdem mal eine schöne Timelapse machen. Das hat man wieder einen vollen Einsatz erfordert. Wir mussten die Kamera da am Geländer festbinden, außerhalb. Und ja, hinterher haben wir dann festgestellt, dass die Sicherung, die wir reingeknippelt haben, also die Janinas, die wir reingemacht haben, die hätte gar nicht gehalten. Die ist nämlich durchgerutscht. Ja, aber zum Glück euch abgestützt. Zum Glück. Wir sind jetzt vom Track wieder runtergelaufen und hier unten sind drei Kängurus. Juhu. Vier. Da ist noch ein Zeige. Vier. Oh, da ist ein kleines. Das hier ist der See, den wir gerade noch von oben gesehen haben. Und zudem sind wir jetzt mal runtergefahren. Und in der Zone ist sogar schwimmen erlaubt. Wir gucken mal, wie kalt es ist. Vielleicht ist es ein bisschen wärmer wie das Meer. Aber ansonsten hängen wir einfach unsere Füße rein und genießen den Mittag noch ein bisschen. Wir sind jetzt gerade wieder am Kochen hier und haben uns jetzt hier diesen Platz ausgesucht, von dem ich vom letzten Mal noch weiß, dass hier so viele Kakadus und Kängurus abends rauskommen rumfliegen. Und hinter mir, da fliegt jetzt auch schon eine riesige Horde von Kakadus umher. Das sind bestimmt 100 Stück oder noch mehr. Und ja, hier sind wir vorhin auch schon mal vorbeigelaufen. Da vorne springen die Kängurus. Und letztendlich mussten wir jetzt hier hin, um unsere Sachen aufzuladen, weil es hier auch hinter mir in diesen Häuschen, in diesen Grillhäuschen Steckdosen gibt. Da haben wir jetzt mal alles drangehängt und werden jetzt hier unser Abendessen umringt von vielen Tieren genießen. Musik Wir sind jetzt vielleicht so einen Campingplatz hier zu finden, kostenlosen. Wir sind über so eine Allradstrecke gefahren und die war dann irgendwann am Ende gesperrt. Da hatten wir eigentlich nach einem Campingplatz gesucht. Der wurde uns bei Wikicamps angezeigt und da wäre er auch gewesen. Aber durch die gesperrte Straße konnten wir eben nicht dorthin fahren. Und hier haben wir jetzt einen ganz schönen Campingplatz gefunden. Hier in der Mitte ist eine Feuerstelle und wir teilen uns den wieder nur mit einem anderen Auto. Das ist glaube ich auch ein Pärchen. Die haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Die verstecken sich dahinter. Und wir gehen jetzt hier noch zu so einem kleinen Aussichtspunkt, essen noch ein Stück Schokolade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Ciao. 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 Ciao.